So Leute, es geht endlich wieder los, die heiße Phase vor Silvestern. Und zwar habe ich heute für euch das Norma Silvester Prospekt für 2015 ergattert. Lag heute in unserer Norma Filiale aus. Habe ich natürlich gleich mitgenommen. Es gibt unter anderem dieses Jahr wieder die Metal Rockets 30 Raketen für 29,99. Dann gibt es zum Beispiel den Power Tower für 17,99 oder ein buntes Familiensortiment für 9,99 Euro. Weiter geht es auf der nächsten Seite. Wieder sehr bekannte Artikel dabei, wie zum Beispiel das Metalhead Raketensortiment oder auch Rocket Rally von Nico mit den bekannten Ringbomben Raketen. Jetzt will ich natürlich nicht so viel mehr quatschen. Viel Spaß jetzt beim Prospekt. Oh, scheiße. Gott. Bis zum nächsten Mal. Und die letzte Seite, wieder sehr bekannte Artikel, eine meiner Lieblingsbatterien, die Monster Blaze von Niko, das ist die bekannte Out of Limits. Untertitelung des ZDF, 2020